Der Peach hier. Kennt ihr das, wenn ihr die Hausaufgaben nicht habt und ihr habt die allergeilsten Ausreden? Alter Donald, scheiße, ich hab die Hausaufgaben nicht gemacht. So, guten Morgen Kinder. Ich denke, wir besprechen mal gleich direkt die Hausaufgaben. Will jemand freiwillig vorlesen? Sag ihm, wie wär's denn heute mit dir mal? Jaja, ich hab die auf dem Blog gemacht. Ich hab die dabei. Ja, dann liest du vor. Jaja, sofort. Aber ich hab das nur in Stichpunkten gemacht. Oh, nee, scheiße. Ich glaube, ich hab den falschen Blog dabei. Boah, scheiße. Ich glaube, ich hab auch den falschen Ranzen dabei. Oh, ich glaube, ich hab auch die falschen Schuhe dabei heute. Ich glaube, ich hab auch die falschen Handschuhe dabei heute. Ich glaube, ich hab auch die falschen Brille dabei heute. Ich glaube, ich hab auch das falsche Kostüm dabei heute.